servus leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von call of duty modern warfare 1 remaster mit meinem bruder mit servus leute ich bin schon ein bisschen müde alter deswegen brauchen jetzt volle action gleich voll durchstarten oder genau genau geht ihr keine laufende runde biete gut aber wir brauchen noch ein bisschen mehr spieler nicht weniger ein bisschen mehr spiel der russians wo wollen die etwa busten sagt dazu aus eine frau spielt ja wirklich eine spieler nein machen wir tricks 17 21 22 22 jetzt haben wir zu 90 prozent eine laufende runde join oder auch gar nicht alle schnell los jetzt alle niemand spiel aber das geht gar nicht klar moller komm schon oh mein gott ich hasse es wenn wenn sowas passiert und dann in der aufnahme ich habe nämlich keine lust ist unbedingt raus zu schnitteln ich würde an den cg cg naja c und d gott beten aber jeder weiß die gibt es nicht find besser manche schon expansions optimistin host alles kann man wieder ansteigen schicken an der wollte mich verarschen okay wird das von den um wir machen inszenen zu stören dafür auf jeden fall was sag ich musste nachher von der letzten runde leute ihr wisst ihr wisst was kommt dieser u-turn kill on point ja ich werde das nachher mit dem handy oder später mit dem handy filmen diese diese kleinen ausschnitt alter ohne scheiß da war ich auf dem sniper berg da vorne gestanden und habe on point in die 180 grad führung gehabt in den incident getroffen alter aber richtig professionell und köttler denkt ich spiele schon seit 20 jahren dabei bin ich aus 30 31 also hättest du mit elf jahren kopf studie angefangen oder was wer war und schießt jawohl zwei gegen zwei wir sind am verlieren oder das kann sind links noch ein stück weiter das ist ja schon einer noch als das im kleinen haus schießt sich die wand was macht denn der ständig der verwirrt mich jetzt steht der letzte gegner afk im sporn ich würde so lachen und ich glaube ich hören ich glaube ich habe ihn gehört irgendetwas brennt da sind leichtes rauschen ja jetzt explodiert welcher zug lacht ja ich auch ich bin langer path pre-fighter ich bin langer path pre-fighter ich habe einen also angekündigt oh da kommt granade flogen so ich werfe zack 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 go 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 direkt rechts ganz rechts ist einer weiter rechts weiter rechts weiter rechts weiter rechts ganz rechts der zwei klemmers hingeliegt wir haben jetzt ein problem einer in unserem team ist tatsächlich afk oh man das ist alles an dir wenn du links am container vorbeiziehst dann solltest du ihn sehen ich bin gerade am überlegen ob ich den schreiben soll dass der afk im spot ok dann hat sich das mit schreiben erledigt hake ball haha hake ball alter boah das wird glaube ich mit abstand die schlechteste aufnahme die wir bis jetzt haben ja ich gehe auf bay direkt auf bay so oh ja die nebeln schon ein zack äääh wow die granate ist bis hin da geflogen holy shit ok leute ich glaube wir müssen uns gerade auch mal kurz einspielen oh ja normalerweise dient er dazu hauptquartier wow alter nicht schlecht alter alter nice nice alter das war ein no scope quickscope oder sowas ein quickzoom oh der war schlecht jetzt wird sind so sehr das überlebt er nicht naja alle nice zwei stück hat er noch er ist tot das packt dann hat er ist auch viel zu laut man da macht zu lauter geräusche beim laufen man ja ist aber so ich glaube links in dem container ist einer ja wenn ich auch da klima 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 ja geh nicht mehr hin geh nicht mehr hin geh nicht mehr hin geh nicht mehr hin als erstes ding machen wollen wir schon hauptquartier soll man noch mal hauptquartier probieren und dann noch mal eine runde zerstören ich habe ich habe ich habe es sowieso in diese laufenden runden beitreten und dann ist noch in der aufnahme das sagt immer echt hart ja dann gehen wir gleich zurück hardcore headquarters bitte kommen naja also oh ambush das hatten wir hatten wir glaube ich noch nicht so oft in der aufnahme hatten wir das glaube ich erst einmal ne glaube ich auch ja das war nun mal zum ersten mal zu suchen und zerstörung gemacht haben ja ich mag die map die also ich mag block mag ich auch verdammt ja nur diese diese map mit dem sniper hill in der mitte also die von gerade eben die mag ich gar nicht also ich muss ja sagen damals zu ähm das ist jetzt wahrscheinlich eher für die älteren zuschauer interessant äh call of duty 2 war ja so da konntest du ähm ähm die maps einstellen die du nicht haben möchtest oder haben möchtest das fand ich ganz cool ich frage ich frage mich warum die das äh in den anderen ähm teilen nicht auch gemacht haben gut du hast dieses abstimmsystem aber man sieht ja dass es nix bringt ja das hat sich gerade sehr strange angehört das muss ich störst in der aufnahme nochmal anhören da war gerade echt ein wilder schrei 度 willst du das merind deutlich verspakt komm 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 ich glaub ich gehe rechts kom拾рут ja ich gehe rechts entlang ah stimmt das abg context ja in der mittel ist einer oben aner Alter, nicht dein fucking Angst. Ich bin von mir weg. Zack, Granate. Jawohl, Payback, sag ich doch. So, jetzt gucken wir mal. In der Mitte kommt einer durch. Da oben war einer. Oh, da unten ist einer. Mal gucken, ob er sich reintraut. Schade. Traut er sich rein? Bei mir unten ist einer. Oh. Ich bin da mal weg. Oh, fuck, 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 fuck. Direkt unter mir ist einer. Der nimmt gerade ein. Ich kann nicht runter. Okay, komm. Nee, bin tot. Ja, ihr müsst da schnell rein, sonst haben sie es. Sehr schön. Grenade. Stopp. Are you A-V is all mine? Nice. Den hab ich. Oh, da ist einer. Ich hoffe, der kriegt den. Ich will eigentlich eher den Typ da drüben haben. Den hab ich. Kingslayer ist meiner. Ja, jawohl. Okay, der schießt schon mal nicht von der Seite. Ich geh mal unten durch die Tunnels. The Tunnels. Ja, ist nur noch einer am Leben. Ich bringe mich hier schon mal gleich direkt in Position. Ja, das kommt schon. Ich hoffe, dass die jetzt alle vor mir spawnen, weil sonst sehe ich nämlich alt aus. Ich glaube, ich sehe gleich alt aus. Oh nein, ich sterbe. Ich bin tot. Den habe ich. Fuck. Oh, der ist aber nett. Der setzt mir direkt drauf hin. Der schenkt mir mal eine Rauchgranate. Das ist ja geil. Den habe ich. Oh, fuck. Jetzt wird es interessant. So, mein Jobber habe ich. Woa, holt er mich mit dem RPG raus, Alter. Holy shit, der war gut. Aber ich habe was für euch, Jungs. Oh yeah. Heli? Jawoll. Nice. Oh, die schießen auf den. Markthrone. Die spawnen hinter uns. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe Luftschlag. Einer ist da hinten. Ja, ich sehe ihn. Ne, ich sehe ihn doch nicht, aber ich versuche ihn hier zu holen. Alle, der hat mich. Scheiße. Guck mal, was ich habe. Alle. Ah, fuck. Zu spät reagiert. Ah, da holen die mein Heli schon wieder runter. Ihr könnt mir vertrauen, wo dieser Heli herkommt, gibt es noch viel mehr. Da? Da, ohne. Oh, da steht hinten einer an dem stationären Geschirz. Ob es aufwarte, es könnte sein, dass die wieder von hinten kommen. Alle. Ja. Alter, der war sick. Alter, ich habe eine 10er killstreak. Ah. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich habe nämlich gleich wieder Drohne. Ah. Jetzt weiß ich halt nicht, wo das Spawn ist. Hinter uns. Okay. Hast du mir noch eine Granate, dann schmeißt die mal da oben rein. Ist auch keiner mehr, leider. Shit. Wow. Man sieht mal, da laberend. Oh, oh, meine Muni ist gleich leer. Hey, der Typ an dem Geschirz... Oh, fuck, ich bin blind. War ich, sorry. Was, ja. Hey, der... Oder kommt der noch von der Seite, Vorsicht. Okay, der ist schon tot. Ops. Ja, der hinten an dem stationären Mgw, da geht... Der geht steil, ne? Hm. Oh, nein, ich bin tot. Ich auch. Na, nee, Mann. Warte, den am Geschütz hinten habe ich. Krat, geworfen, Peng. Oh, Headglitch, Alter. Fuck. 22 Flags, jawohl. Nice, Alter. Oh, 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 oh. Slow. So, ich glaube, ich weiß... Oh, das ist uncool. Ich nehme mal mit ein. das ist nur aufpassen da kommen jetzt bestimmt gleich granaten reinflogen scheiße andere richtung andere richtung andere richtung genau da entdeckung gehen kommt noch ein flashbang schießt 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 geht ein stück nach hinten die haben sich selber gekillt schade stand gleich mal gucken wo welche sind wo steht der heli ok ist weg nein scheiße das ist wieder ein los da hinten ist einer mal gucken ob ich den über eine grenade krieg da oben wo ich vorhin die ganze zeit war okay wir hatten schon aber wer schießt den krieg ich warte mal wo ist denn das ich habe eine gute idee ich hoffe das funktioniert flieg kleine granate schau mal ob das klappt dann habe ich hinter uns ja ich habe ich glaube ich bin hier oben alleine ich habe auch steht da kommt glaube ich gleich ja die haben nicht gefunden sie wissen wo ich bin obwohl nein doch der hat mich aber ich habe ihn egal ich bin genau an der stelle ich bin und er ist tot alter wie krass der mit dem ding abgeht da oben ist er oben drin achtung wieso haben die alle lmg ist es gerade irgendwie im trend oder so also ja denke ich auch granate rüber machen wir ein bisschen nebel gehen natürlich unten lang ich bin ja nicht lebensmüde schmeißt man eine granate hoch wenn du kannst aber schon dann nimmt jemand ein nix gut jesse alter hat sein team kameraden gekehrt oder muss jetzt der granate hoch ich schmeiß und 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 jetzt haben wir ok 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 mhm er zerhält schon ich dachte ich treffe den gar nicht mehr wieso nimmt jetzt keiner ein leute weil sie behindert sind zack vornebeln dass sie nix sehen wenn eine granate kommt versuchen zurückzuwerfen komm ein bisschen noch und fertig es war jetzt daran zu schwer ja auch von hinten ich wurde von hinten erschossen ich wurde von hinten erschossen ja was ein schöner double kill oh team kill sorry da kommt eine granate na ich suche mir gerade das falsche eck aus shit das könnte es doch richtig knapp werden von der zeit her doch wenn wir uns jetzt voll reinhängen würden könnten wir das tatsächlich noch entweder unentschieden oder gewinnen mhm wir müssen jetzt wirklich jedes hauptgott hier einnehmen hat er denn nicht gesehen na ha komm jetzt noch einen punkt einen punkt noch ne das kriegen wir das könnten wir noch schaffen wo flashbang aber was für eine das war meine sorry oah ne die stehen oben an der straße warte mal den könnt ich kriegen oh heli alter ne vergiss es komm lass dann versuchen den heli runter zu holen ich habe keine dinge ich habe einen sniper also halt ein k14 alter der heli der heli alter in deckung gehen in deckung ich versuche mal was auf der hoffnung dass es funktioniert jetzt dann habe ich zu spät vielleicht werden an bekommen jetzt war es also nicht ein ansteller liegt da einfach alle hinter mir scheiße ich Und ich leb noch Alter, Headshot Wallbang, Alter Was ist denn da? Ich wisst halt gar nicht wo der ist Ja Da war einer 699 Ja, aber es War schon ganz nett War lustig Ah, ärgerlich Da bleibt man gleich drin, oder? Ja Ich bin lastig gewesen LOL Was, hinter mir war eine? LOL Also eine 38, 20 Ja, kann man so warten Nice 619 Ja Hm Hm Wep Da, 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 da Da, 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 da So, ich hab dazu eigentlich das Ackog Oh, lol. Ja, das ist nämlich instant. Das sieht ja richtig sick aus. Noch sechs Deport-Credits und dann kann ich wieder ein neues... Ja, ich kann nach der Runde schon Case Open machen. Yeah. Wir könnten uns ja mal überlegen, mal in einem Video anzusprechen, dass wir, oder dass ich, mal so ein richtig geiles Giveaway mache, und zwar eine 50-Euro-Playstation-Network-Card. Wow. Das ist noch nicht geplant, aber eventuell in den laufenden paar Videos. Wenn das Video schafft, 10.000 Likes. Okay, okay, das ist ein Wort. Also, ich werde es vorher noch ankündigen. Das heißt, wenn dieses Video 10.000 Likes knackt, werde ich random aus den Kommentaren, also ihr müsst auch, ein Kommentar wird dann verlangt mit, keine Ahnung, Hashtag Giveaway. Und dann lasse ich da randommäßig einen rausgenerieren und der kriegt von mir eine 50-Euro-PSN-Card. Nice. Ja, ist Hashtag net, ähm, ähm, Twitter, oder? Also, egal, ich kann schon da und da nehmen. Okay, nice. Aber was habe ich für einen beschissenen Fall? Ah, okay. Ich will fast platz... Ah, Mann. Oh, fuck. Warte mal. Boah, Alter, das Ziel von der ist, äh... sehr gewöhnungsbedürftig. Ach, das bist du. Mh. Warte mal, hier war doch gerade einer. Mhm. Ja, auch, aber irgendwie... Boah, jetzt muss ich mich auch schon wieder voll auf die M4 einspielen. Da hätten schießt doch einer. Ja. Warte mal, ich hör doch hier ein. Ja, angefärkt schon, oder? Ich bin auf jeden Fall schon angetrackt. Ah, ich bin ge-crackt. Crack, crack, crack. Ups. Wir haben noch zwei Gegner haben wir noch. Wo chillt denn der? Am Ende wahrscheinlich, hm? Komm, schieß nochmal, dass ich weiß, wo du bist. Einer noch. Okay, top. Einer, ne? Oh. Oh, das Wasser hat sich jetzt gerade richtig geil angekört. Lala. Oh, da war doch gerade ein Sniper. Okay, ich hab Drohne. Oh, ich bin blind. Oh, Alter. Lala. Oh, rechts zu mir war einer. Wo ist er? Oh, hinter mir ist einer. Alter, shit, jetzt sind sie alle hinter mir. Fuck. Bin ja auch. So. Aber wir sind jetzt hinter denen. Oh, der Schuss kam von der Seite, wa? Oh, der Schuss kam von der Seite, wa? Ja. Boah, Alter, was? Das ist mein Impost, was ich hier, Mann. Oh, shit. Links ist einer. Direkt links von dir. Oh, der ist schon eingefragt, also direkt links von dir. Wenn du... Den hab ich doch schon holt, glaube ich. Ja, der. Ne, ne, da. Oh. Ah, Alter, zwei Stücke. Weil, äh, der hat mich gekillt, der wo ganz links war. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol, ha, ha, ha. Das war knapp. Oh, schade, Alter. Ah, der hat auf jeden Fall mal Luftschlag. Nice, Alter. Ah, lol, der steht auf dem Container. Ja. Was? Lol. Der steht nicht mehr auf dem Container. Das ist unter nein! Boah, jetzt haben wir eigentlich ne, ne gute Stelle zum Verteidigen. Hm. Ich nehm sie grad schon ein. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Initiative behalten. Komm schon. Ja, hinten rechts ist einer entlanglaufen. Ganz hinten rechts. Okay. Oh, ich glaub ich hab grad noch einer gesehen. Hab ihn verfolgt auf Headshot. Wow, ich bin tot. Scheibenkleister. Was hatte ich erwischt? Kranata. Am Ende. War da grad einer? Ich glaub nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich versuch grad die rechte Seite unten vor mir abzudecken. Gut. Auf. Jetzt brauch ich, jetzt brauch ich Hilfe. Okay. Nicht zum Bus gehen. Da geht jetzt gleich Luftschlag. Alter, ihr habt mein Heli. Yes. So, ich bin leer schossen. Desert Power. Let's go. Oh. Oh. Links durch die Häuser kommt gleich einer durch. Habts gesehen. Ich weiß nicht. Den hab ich glaube ich nicht. Äh. Ich weiß nicht, ob der noch lädt. Alter, wie schnell der Heli unten war, wa? Ja, schon krass, oder? Ist bei uns trotzdem mal voll lang, Alter. Ist der gegnerische Heli unten. Das ist bei uns. Wenn er bei uns ist, Alter. Der bei uns im Team. Links kommt gleich einer durch. Oh, der Drohnenstörer. Ja, das ist natürlich blöd, wenn er ohne Schalter einfach spielt. Oh. Den hab ich gesehen. Ich guck schon. Also ich hoffe, dass ich das jetzt mal schaff, oh. Die Götte. So, zu sichern kann man es nicht sagen. Äh, bei der, beim Hauptquartier ist einer. Der ist schon angefragt. Der ist hinten, hinten im Container. Rechts davon. Also auf der rechten Seite vom Container. Okay, der hat ihn schon. Alter, jetzt pass auf. Alter, ist der dumm? Ja. Bist du noch hinten? Ja. Ich nehm's grad einen Versuchs einzeln, den sag noch mal so. Ja, mach weiter. Die versteifen sich grad da hinten fest. Oh. Ja, ich glaube im Bus hockt einer drin, ne? Ja, 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 der hockt auch einer drin. Scheiben, scheiße. Und ich hab einen genommen, schade. Nein. Alle. Oh, Luftschlag. Ja, ich krieg den Typ da hinten nicht. Ich mach mal kurz da hinten dicht, dass man nix sieht. Oh. Ich werde beschossen. Wo? Boah, Achtung! Boah, den hab ich noch mal gewischt. Sehr schön. Nein. Komm, lad nach, lad nach. Oh, quack, 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 quack. Raus, raus! Welches Arschloch hat mich da jetzt geblockt, Alter? Hammerhart. Hammerhart. Mann, da das muss man halt. Weg, 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 weg. Leute, ich hab'n Doppelkick macht durch'n Container durch. Nice. Oh, die spawnen jetzt auf der anderen Seite. Oh, das war einer von uns, shit. Oh, ich weiß jetzt grad irgendwie nicht, wo der Spawn von denen ist. Weißt du, da liegt einer von uns direkt in der Mitte von dem Ding und kriegt's nicht auf die Reihe mal kurz auf den Container zu schießen. Na, da bist du. So, jetzt kommt meine Stelle wieder. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Scheiße, andere Seite. Ja, ich wollt grad sagen, pass auf, die kommt von da hinten. Flülfeuer. Ja. Hoffentlich schleicht der. Oh mein Gott, der kriegt sich mit. Oh, er hat. Da liege ich. Ganz einsam. Na. 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 Ja. Junge. Krass. Alle. Wollt ihr den noch an... Oh, der hat Martyrium. Okay, einer ist rausgebrochen. Hä? Wieso darf der Spawn und wir nicht? Hä? Wieso darf der Spawn und wir nicht? Hä? Ja, du guckst in die falsche Richtung, Digger. Ah, fuck. Ne. Ich renn, ich renn mal hinter. Ich nimm einen. Alles klar, okay, mach mal. Wer nimmt mit ein? Oh. Äh, da hinten im Spawn hockt einer. Da hinten im Spawn hockt einer. Direkt hinter der Wand. Okay. Den hab ich. Und? Ja, bis weg. Alles klar, nice. Oh, Achtung. Ja. Okay. So, jetzt schnell eine. Ja, genau. Ja, Sniper. Warte mal, den hab ich gleich. Ich bin grad hinter den Spawn, ich seh sie grad bloß nicht. Alla. Doch, da war einer. Ja. Ja, jetzt haben die natürlich den Spawn da hinten bekommen, Alter. Was für Wichser. Oh, oh, oh. Boah, war das knapp, Alter. Alla, alla, alla. Jo, mir war das knapp. Ah, da hinten, okay. Oh, fuck. Warte, warte, warte denn. Ich wollte grad vermessert, Alter. Bubble net, Mann. Alla, alla. Oh, in der Mitte zwei Stück. Lol, der Spawn direkt neben mir. So, Multikip mit der Granate in 3, 2, 1. Ach komm, Alter, der war safe. Boah, und jetzt hinrennen, hinrennen, hinrennen. Ich bin direkt hinter dir. Naja, fast. Bleib jetzt bloß da. Oh, ich bin in den Tod rein geflogen. Boah, Alter, ich bin tot. Boah, was ist denn da hinten los da mal? Ich renne mal vor. Hm, ich auch. Biss, bitte, trifft. Yes, einen hab ich. Einer ist weg. Nice, nice. Boah, ah, ich wollte es blind. Den anderen hab ich. So. Neini. Alter, das muss ich mir nochmal angucken. Der war, in meinen Augen war der drauf. Hast du denn irgendwo rechts ist? Bein, Alter. ich bin angefragt ich du dir nur noch was gerade ich wurde von der Seite gekillt, what the fuck oh der war schön oh fuck oh der sieht mich nicht der hat mich gesehen oh boah dahinter auf der anderen Seite von der Wand sind so viele oh ich habe tatsächlich erwischt oh ich habe es noch mal erwischt ah es war ein teammate ja ist natürlich scheiße wenn der voll in meine Ladung rein rennt shit äh linke Seite außen kommen welche durch ob's klar ich habe jetzt nichts machen geschecken oh den habe ich mit der desert das kommt Challenge wo bist du ähm hier am Anfang noch okay komm lad nach ich habe einen komm 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 okay da kommt gleich einer den habe ich den habe ich ich habe einen goldene Granate ein teammate sorry auf der linken Seite schießt ihr auf mich grad – Woah woah woah. Ah, das ist eine bleihheiltige Umgebung. Okay, nach uns kommen sie schon mal nicht. Wer was Wutte... auf die Vai. Aoraa. okay dann habe ich den habe ich den habe ich den habe ich achtung kann ja 19 20 die gangen alle gucken wie mein ähnliches oder ohne zielhilfe ja mann aller geil dass sie schon mal ich gebe ein fick drauf ob ich sterbe ich renne halt einfach raus druck machen druck machen einfach druck machen wenn wir kein druck man schafft schlicks wie in echt arbeit nichts bringt stammt schnick wir haben unsere unschuld getan ja das ist noch kurz mein ding aus sagt hier so bei mir gibt es doch ein case open und das denkt alles drei episch ich sag zwei episch ich sag als länger da stimmt jetzt in den kommentaren ab und zwei episch ein einlegen wäre das sage ich doch ich glaube das habe ich schon 430 points nice also gut leute das war es schon wieder für den part ich weiß dass unsere parts ziemlich lang sind aber wir wollen euch ja verwöhnen leute ja wir geben euch extra lange parts ja vielleicht am anfang noch nicht so mega viel geräte und action und funny moments und so und ihr gibt uns dafür einfach ein abo kostet euch nix nette mal zeit ihr müsst einfach bloß abonnieren drücken den daumen nach oben dann wird man euch loben ja und ja ich sag schon mal danke und bis zum nächsten mal genau das genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen des dann bis ja 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 Vielen Dank.